Dozentus ist wieder da, sondern ich auch. Ja, vielleicht auch. Ja. Und ich muss immer noch trainieren. Ja, du trainierst, ich auch. Ja. Schade, dass du doch bei, wenn du bei Rokko bist in der Stadt, ne, dass du eigentlich nur diesen Weg nur noch nach rechts oder nach oben gehen kannst, aber beide Wege nicht benutzen kannst. Ja, ist auch so. Dass man da trainieren könnte, das ist ein bisschen kacke. Weil da sind die Pokémon etwas höher. Ja. Ist ein bisschen schade. Level 9 sind sie da. Ja, und hier gammelst du mit Pokémon, die sind, glaube ich, 5 oder so ist das Maximalste hier. Ich habe gerade vergessen, eine andere Speicherung zu machen. Oh, ich müsste auch mal speichern hier, F2, zack. Na komm, Safcon gegen Raupi, das geht schon. Und Amahaien bitte. Oh, wie schwach. Ja, ne. Boah. Boah. Ist das mies. Ja. Wieso? Und Safcon gegen Raupi, alter, ist schon so schwach. Gegen Raupi? Ja, gegen Raupi. Mann, jetzt ist dieser Name drinne. Ja, sowas ist doch geil, ne. Voll der Sucht nah, aber ich muss das immer, wenn ich gegen Raupi jetzt immer Kämpfe gegen Raupi sehen, dann muss ich die schon weit drüber machen. Ja. Komm, ich will jetzt gerne noch Shilok haben. Warte mal, ich tausch mal. Mein Arsch. Ihhh. Voll nett geil. Voll nett geil. Ich tausche immer hier, zack. Ich tausche. Ich tausche. Los. Vor allem, wir trainieren hier schon so normal. Ja, ich mach grad, ich drück halt ganz ehrlich die Speed, dass sie hier fest. Ja. Ja, damit das ein bisschen schneller geht. Ach, ich hab mal auf 150% jetzt gemacht. Ich glaub, das ist... Also die Musik hat sich noch gut an. Noch nicht so schlimm. Ich glaub, das ist 500% hier. Und? Ja. Du, 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 du. Das ist so extrem. Äh, ich mach'n Kampf, warte mal, in... In zwei Sekunden. Ja, klar, das geht auch schnell. 150 hört sich die Musik ja noch gut an. Ja, mir geht's auch nur darum, dass ich hier das eben... ...schnell durchkomme hier. Du machst das auch nochmal schnell jetzt, so. Oh, Level 14, schicki. Yay. Oh, ich muss gleich mal mein Tackle auffüllen. Nein, ich hab' kein Tackle mehr. Aha. Safcon erreicht Level 8. Und noch ein Level, dann entwickelt sich Safcon zu Smetpo. Level 9. Ne, so früh schon? Ja. Sicher? Doch. Ist so. Die Pokémon entwickeln sich schnell. Also, Honio und Trophy. Okay. Nein. Level 9. Ja, du bist ja ein Suchti, du hast ja schon vorgezockt. Hallo. Hatte gestern ein bisschen Langeweile gehabt. Ja. Weißt du, ich zock'n bisschen vor. Zugleich das ganze Spiel los spielen kann schon. Ich zock'n bisschen vor. Ich bin Flash, ich bin so gestört. Ne. Vor allem, ich wusste vorher schon, dann immer noch, dass die zwei sich recht früh entwickeln. Wenn das so ist, dann tausch' ich mal eben. Ich wusste nur nicht, welche Level das waren, aber ich wusste, dass sie sich früh entwickeln. Und durch gestern war sie noch, dass Midborne Level 11 Konfusion erlernt. Erst denken dann reden. Konfusion erlernt. So. Oh, das war zu schnell. Und dass ich die Leertasse gar nicht gedrückt halten brauch. Guck'n. Welcher machen kann, dass Standard schnelle Geschwindigkeit drin ist. Ja, klar. Oh, Safcon hält sich aber noch gut. Guck'n wie lange. Vor allem, ich traine hier gerade immer noch nur Raub, mein Safcon. Ja, ich kann's gar nicht. Und dann kommt erst dann Leon ran. Oder nehm' ich dann Pikachu? Ich glaube, ich nehm' dann erst mal Pikachu. Naja, solltest du auch. Ich glaube, Pikachu hast du ja danach, ne? Ja. Weil du hast ja wenigstens zwei verschiedene Pokémon, die schon mal hoch sind. Ja, klar. Ich glaube, ich könnte die Rinner auch mit dem Bein davon und ich machen. Ja, also... Kannst du auch. Aber ja, die Sicherheit ist sicher, ne? Ja, klar. Da-dam. Da-dam. Da-da-dam-dam-dam. Da-dam-dam. Da-dam-dam. Vor allem muss ich gerade immer wieder wechseln, weil mein Safcon kann voll wenig Leben noch hat. Ah, ich tausch hier mal. Glumanda erreicht Level 12. Ja, ey. Alles gut, wenn Misty... Bei Misty sind die, glaube ich, irgendwie... Level... Keine Ahnung. 16, 17. Ja, wenn ihr hier schon... Ja, wenn ihr hier schon... Da-dam, ihr Stern, du. Was ist das gar nicht mehr? Aber das Schlimm ist, dass immer Shigi eintreffen muss, ey. Hm? Shigi kann Aqua-Kanone... Aqua-Kanone? Ja, ich muss gerade gucken, weil ich Speed hatte. Ja. Irgendwas war's. Irgendwas mit Aqua. Ja, Aqua-Kanone. Ja, man sollte das Speed nicht anlassen. Zuerst hat sich das angehört, ob du Aqua-Kacke sagen wolltest. Aqua-Kacke. Ich fuhr zu Blubberblasen. Ja, alles klar. Das glaube ich, dass du das sogar machst. Komm schon. Aber na gut, dann mach mir diese 2 Stunden Speed, was du meinst. Mach ich dann nachdem ich die letzte normale Aufnahme auch noch hab. Dann mach ich das Training nochmal. Ja. Ja, Speed Training dann. Oh, Speed Training wird eh lustig. Ja. Ich schade sehe, wenn ich die ganze Zeit... Guck mal, du speedest an eigentlich schon die Speed-Aufnahme nochmal. Nee. Du speedest ja doppelt. Du speedest ja im Spiel und nochmal so... Nicht wirklich. Okay. Ah, ich mach's ja. Weil... Wenn du dementsprechend schon hoch hast, Speed... Aber ich werd die nicht in die Folgen nochmal mit einrein, die Speed-Folgen, sondern ich werd die extra... Ja, die mach ich immer so, ähm... Das hab ich mir nicht bei Minecraft ja auch gemacht. Ja. Oh, komm. Und dass ich die extra nochmal gebe. Sie kommen immer als dritte Folge, sag ich mal so. Als dritte? Mhm. Ich lass die mit parallel laufen. Okay. Ja, wo sollst du sonst die Speed-Aufnahmen haben? Die sind ja vor... Zum Beispiel hier sind die ja vorm Arena-Leiter. Ne? Ja. So, dann müsstest du eigentlich rein theoretisch die davor tun. Ja, komm bei mir auch. Ja, dann passt das... Also normale Reihenfolge bei dir. Ja, ja. Nur, dass die anders sind. Also jetzt sind dann noch... Ich schreib da einfach nur, äh... Speed-For-Rocco oder keine Ahnung sowas. Mach Speed-Training. Ja. Aber dennoch die... Speed-Training 1, Speed-Training 2 und so. Aber lass dir natürlich als Folge davor auf Pokémon... Und so allgemein zwischendurch trainieren ist nämlich nicht angesagt. Ne. Soll ich alles drin machen? Weil sonst übertreibt ihn bis dahin richtig... Was? Nicht was? Ich hab nicht beim ersten Arena-Leiter Shiggy auf 50 gehabt. Nein. Das ist Madbo. Strike. Voll, das muss aber schwer gehen, das viel zu trainieren, ne? Und das kaum gehorcht hat. Aber ich hab, äh, Speed gehabt. Ja, klar. Deswegen... Mann, 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 Mann. Weißt du nicht, ich konnte die ersten Arena-Leiter so schnell durchklatschen. Ja. Und am, ich glaube, ab 6. oder 7. hatte ich schon, äh, Tourtalk Level 100. Ja. Nur weil da hast du Level 100, wenn du grad bei der Top 4 bist oder so. Ja. Hat auch schon Schaden, aber wirklich. Das hab ich immer gemacht. Das hab ich immer gemacht. Ja. Bei Crystal hab ich's gemacht. Und bei Rubina hab ich's auch gemacht. Okay. Da hab ich die bis Level 30 hochgemacht. Beim ersten, ne? Ja. Ja. Hab ich noch nicht so ganz übertrieben. Noch nicht. Äh. Vor allem noch nicht. Äh. 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 Du kannst noch nix außer Tackle. Das ist ärgerlich. Ja, Level 11. Ja, haben wir gleich hier, komm. Ach ja. Komm, mach doch n... Sack. Und tschüss. Watz, watz. Komm. Safcon erreicht Level 9. Ach, Level 9? Level 10 entwickelt sich Safcon, ne? Ja. Smetpo ist nämlich bei Level 10. Ja. Komm schon. Kannst du jetzt mal Level 11 ernen hier? Ah, wie nicht. Bei 1 Level vertan. Egal. Komm, das gibt's doch nicht. Äh. Hat jetzt, glaub ich, keine Antacke bekommen. Ich schau mal eben. Na, Mann, Level 11 ist kompulsierend. Status. Nein, hat's noch nicht. Ne? Nein. Du brauchst Level 12. Ich muss mal... Hör auf, dann. 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 Komm, Glumander, du bist dran. Weil ich muss das Pokémon jetzt besiegen. Und Aufnahme wählen. Richtig. Das mach ich nämlich auch. Ich hab nämlich geheilt. Mach jetzt speichern. Waren wir mal so hier. Zack. Dann mach ich nochmal speichern. Das geht ja jetzt. Fix. Speichern. Speichern. Gut, dann wähle ich hier die Aufnahme. Und bis später, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.